1 Sekunden nur. Ihr müsst schnell. Eure Sprache ist... Huuui, François, französisch. Ihr müsst jetzt ein französisches Lied sagen. Kann ich anfangen? Ja, also wenn du schon hast, ja. Ja, ich sag mir einfach mal... Double Dash von Sierk, oder wie der heißt. Double Dash? Also... Double... Nein, nein, nein. Achso, Double Dash. Ja, ja. Aber nicht das, das von Sierk. Von Sierk. Okay, Sierk. Ah, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Okay, äh... Dings, du musst auch schon deinen Song sagen. Nee, nee. Wobei, lass. Hab ihn aber schon mal im Kopf. Kennst du La Grinta von Morat? Oh, du bist raus, Bruder. Er sagt spanisches Lied. Er hat alles auseinandergenommen. Er sagt Morat bei Französisch. Er hat wirklich... Er hat gegoogelt gerade, Chat. Er hat gegoogelt. Okay, Dennis ist weiter einfach. Ja, nee, nee. Wieso? Weiter ist Atlas. Okay. Atlas ist weiter. Als nächstes, Magus gegen Francesco. Hi. Okay. Seid ihr ready, Jungs? Ja. Francesco fängt an, weil er sich älter anhört. Oha, lad. Ja, okay. Deutsch. Deutsch. Deutsch, Engie. Äh, Engie, äh, Marvie. Du kannst... Bist du und Engie seid ihr verheiratet? Ja, das kam ja schneller rausgeschossen als alles andere. Engie, Marvie. Okay. Junkies und Kotti lassen nicht mehr von der Nade los. Auf zehn Joints betäubt. Die ganze Stadt ist auf dem Teufelzeug. Feier ich. Danke schön. Okay. Als nächstes, äh, wer war der Gegner? Ich weiß grad, Magus. Ich, Magus. Ja, Magus. Deinen Song? Ich geh mit Climax von Biller. Boah, ich sag dir ehrlich, soll ich dir einen Tipp geben, bevor du deins sagst? Ja. Burger Pommes. Dicke. Muss ich nehmen, aber könntest du theoretisch jetzt. Climax von Biller Joe. Climax? Warte auf deinen Climax. Okay, ist die Entscheidung. Mots. Pack das rein. Oh mein Gott. Francesco hat gewonnen. Durch schlechte Mod-Arbeit. Francesco, du bist aber weiter mit Engie. Danke, danke. Kein Dong. Okay, äh, Dings, Magus muss leider raus. Ich hätte dich weiter gewillt, Bro, aber... Chat entscheidet, ne? Chat entscheidet. Ein Dong, hau rein für den Kong. Weiter ist Francesco, die tutti, die, 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 die parte, die, die... Andrompere. Okay, jetzt ich. Ich bin selbst dran. Hohoho. Ich bin selbst dran. Ich bin selbst dran. Okay. Ich gegen Juno. Juno, entmute dich. Stelem. Was geht ab, Juno? Bist du ready? Eins gegen eins. Ja, normal. Eins gegen eins. Eins gegen eins. Eins gegen eins. Wir gehen rein. Drei, zwei, eins, go. Welche Sprache? Oh, Niederländisch. Äh, Niederländisch. Du fängst an, du fängst an. Äh, Marbella von, äh, Drei Robi. Der heißt El Robi. Schon reingekackt. Ich sag ehrlich. Sehr, sehr starkes Lied. Ich will, ich muss jetzt auch direkt antworten. Ich lass mir jetzt nicht mehr Zeit oder so. Deswegen nehm ich Katje einfach das, was in meiner Playlist noch übrig ist. Okay. Abstimmung, wir machen Abstimmung rein. Dich. Dich. Ha, 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 ha. Dich, ich bin einfach erste Runde rausgelogen. Ja, ist das krass. Ist das krass, Juno. Erste Runde selber, Juno. Du bist weiter. Für den Glückwunsch. Aber ich hätte dich auch gewählt. Sag dir ehrlich. Ey, das ist gut. Das heißt, der Chat ist fair. Sonst hätten mich eigentlich alle weiter gewählt. Als nächstes haben wir Time und Marlon. Eure Sprache ist? Oh. Englisch. Sag dein Lied. Okay. Warte, ich weiß es. Von Dave. Alle meine Entchen. Von Dave Hangman. Nein, Digga. Sag, das meine ich doch. Okay, Dave Hangman. Oh mein Gott, ja. Du willst du sagen direkt? Ja, sag. 6 a.m. in Dubai von Ross Minions. Okay, 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 okay. 6 a.m. in Dubai oder Hangman? Marlon hat gekackt, Digga, ja? Marlon hat gekackt. Ich bin hier in den Trump reingeschützen, ja? Ja, wegen dir, Junge. Mein Lieblingslied hat 2021 Abstimmung nur. Okay, ich weiß nicht. Entschuldigung. Nimm doch das Lied, was du am meisten feierst. Burger Pommes oder so. Oh mein Gott. Ohne Sinn, Digga. 27. Mein Lieblingslied. Ja, das ist mein Lieblingslied. Hättest du auf mein Lieblingslied gespuckt, wäre besser gewesen. Hättest du darauf gekackt, wäre besser gewesen. Sag nie wieder Dave einfach. Sag nächstes Mal wen anders. Nie wieder. Dave ist jetzt, ab jetzt ist verboten, Dave. Soll ich alles von Dave aus meinen Plänen tun oder was? Bruder, du hast nicht ein Wort gekannt von dem Lied, Junge. Ohne Sinn. Okay, Time ist weiter. Nächstes Battle ist E... Okay, der erste E... Versus Alperen. Ja, perfekt, perfekt. Ich grüße aber noch Dominik. Ich grüße ihn noch. Okay. Ohne Sinn. Okay, fühl dich gegrüßt Dominik. Sag nicht, warum hat er das so aggressiv gesagt? Ähm, seid ihr ready, Jungs? Für eure Sprache? Ja. Ja. 13-1 go. Oh, Deutsch. Ihr kriegt Deutsch. Alperen fängt an. Ich nehm, äh... Mensch davon Rezi. Ähm, für mich 4-4-0 Babys von Dante. Okay. 4-4-0 Babys von Dante. Ist das ein Lied, die... Okay. Abstimmung. Abstimmung ist drinnen. Einer schreibt, Bösemann gehört Bruder, bevor ich mir ein Lied von diesem Typen anhöre, ja. Muss schon echt viel passieren, bevor ich mir sowas anhöre. Okay. Manchester gewinnt. War aber auch sehr eindeutig. Manchester gewinnt. Alperen ist weiter. Dankeschön. Kein Dong für den Korn. Dukudu, danke fürs Mitmachen. Okay. Als nächstes haben wir Arda gegen den anderen E-Punkt. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Okay, stark, Jungs. Seid ihr ready? Ja. Go. Oh, oh, das erste Mal Spanisch. Spanisch. Ich hab direkt einen. Ich hab auch einen. Okay, äh, E-Punkt-Punkt auf zuerst. Pelele von Morat. Ist das dieses Pelele? Ist das was? Ja. No, 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 no. Arda, ich, Burra. Okay, Arda, was ist dein spanisches Lied? Ich drübe mir das auch von Morat. Ist auch okay, ja? Äh, yo no voyas. Also y-o-n-o-v-o-i-no. Ja, ja. Ich kann Spanisch. Ovoi. Oder Pelele. Ah, okay. Pelele gewinnt. Pelele gewinnt mit Abstand. Okay. Arda, du bist raus, leider mein Brr. Okay, jetzt haben wir als letztes Battle Noah gegen Kadir. Noah, Kadir, seid ihr da? Ich bin Noah, hallo. Der Zeiger rollt. Ich hab Angst. Oh. Oh mein Gott. Das ist ein Rap-Song. Albanisch. Ich hab was. Hast du schon? Ja. Okay, Noah, sag. Baby, Ferro. Hallo. Okay, Kadir. Okay, mein Song heißt, äh, Rob. E-e-Clicks. Einfach albanisch Rap bei Google eingegeben? Kann das sein? Nein, wieso? Oder was? Woher kennst du denn das Lied? Mein Freund hat mir das mal gezeigt. Küsst sein Herz, Ben, die Freundschaft. Als ob ihr beide reingekackt. Ich sag euch ehrlich. Hättet ihr diesen YouTuber genommen? Diesen Edis? Dieser YouTuber, hättet ihr sein Lied genommen, wär besser gewesen. Bruder, ich küsst sein Herz, ja? Wir machen eine Ausnahme, Jungs. Wir machen eine Ausnahme. Ich schmeiß euch beide raus. Ausnahme. Waren beide so kack, ich schmeiß beide raus. Kein Respekt. Beide eliminiert. Und damit ist eh erstmal weiter. Warte, wir machen hier einfach irgendwen weiter erstmal. Beide rausgeschmissen. So, okay. Wir machen weiter. Das muss einfach sein. Joel gegen Atlas ist das nächste Battle. Aber entmutet euch noch nicht. Wir ändern jetzt die Bedingungen in Musikarten. Okay. Reicht. Joel gegen Atlas. Rap kriegt ihr beide. Oh mein Gott, so Glück gehabt. Ne, ich sag ehrlich. So Glück gehabt. Wer will zuerst? Ich komm machen. Okay, sag Joel. Okay. So komischer Korn. Reezy Pop Tarts. Reezy Pop Tarts. Ist da was zu essen? Ist da was zu essen? Sextromille bin ein Rockstar. Sextromille bin ein Rockstar. Komm her. Okay, 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 okay. Ein älteres Lied gezogen. Wann bin ich dran, ne? Ja. Ja. Dann nehme ich auch vom nächsten Album, glaube ich, Deja Vu. Auch von Reezy. Oh, Bruder. Er macht Kopf an Kopf, Bruder. Er macht so. Ich nehme auch aus dem Album. Stark. Okay, ihr könnt abstimmen, Jungs. Pop Tarts. Joel oder Deja Vu. Atlas. Ai, 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 ai. Joel wurde in seine Schranken eingewiesen. Immer fair, immer fair. Atlas ist weiter. Atlas ist weiter. Okay, als nächstes haben wir Francesco gegen Juno. Francesco und Juno, mutet euch bitte einmal. Hallo, hallo. Seid ihr ready für euren Scroll? Was geht, Bruder? Was geht? Seid ihr ready für euren Scroll? Ja, ich bin ready. Ja. Oh, ey, Hamel. Okay, es ist... Pop. Okay, kann ich anfangen? Ja. Blinding Lights The Weeknd. Lass mich auseinander. Das Ding ist, The Weeknd, das Problem bei The Weeknd ist, der hat so Lieder. Die gehen eher in Rap und der hat Lieder, die gehen eher in Pop. Und das fand ich halt so Pop-mäßig, weißt du? Ja, aber warum dachtest du, es ist schlau, das zu nehmen? Boah. Der jetzt sagt ihr, der hat viel bessere Lieder, wie zum Beispiel das hier. Du musst mal gucken, was du nimmst, aber ist okay. Der nächste? Ich nehme von Dua Lipa. Welches? Neve Luz. Oder ich kann das nicht aussprechen, ja. Kann ich bestabieren? Oder du hast alles auseinandergenommen mit der Aussprache. Dave Ruhls? Ist krass. Du hast das Lied schon mal gehört in deinem Leben einmal? Bruder, ich kann das nicht aussprechen, ja. Aber hast du es schon mal gehört? In deinem Leben einmal. Ja. Hast du... Du bist doch auf Twitch, ne? Ja. Wie heißt du auf Twitch? Jugo. Bruder, spammst du gerade bei dir selbst W? Das wollte ich eigentlich bei anderen, bei Skandals schreiben, aber... Jungs, ich schicke euch Fußbilder? Bist du das? Nein, nein, das bin ich nicht. Was? Nein. Hamid, bitte. Ich kann rappen, ich kann rappen. Was? Bruder, wie? Was hat das jetzt damit zu tun, ob du rappen kannst? Keine Ahnung, Greta. Okay, Abstimmung. Wir sind bei... Oh, Frances... Bruder, die Leute wollen die Fußbilder anscheinend, ja. Was soll ich sagen? Die Leute wollen die Fußbilder. Juno ist raus, Francesco ist weiter. Danke fürs Mitmachen, Juno. Als nächstes haben wir Time vs. Alperen. Wirst du anfangen? Erstmal suchen wir eure Kategorie raus. Ihr kriegt auch Pop. Popular von The Weekend. Nehmt ihr alle The Weekend? Von? Wer gewinnt? Wer gewinnt? Rather be or... I don't wanna win so ne Bobbler. I don't wanna win so ne Bobbler. I don't wanna win so ne... Alperen gewinnt. Verdient, verdient. Tschüss. Dankeschön. Perfekt, Digga. Time wird auch nochmal angekackt, Digga mit so nem Verdient. Okay, wir haben das erste Halbfinale. Atlas gegen Francesco. Jetzt... So, jetzt ganz... Atlas gegen Francesco. Jetzt benutzen wir kein Glücksrad. Ihr beide habt ein Song frei. Aber es muss ein Song sein, der jetzt heute gedroppt ist. Das heißt, ihr könnt quasi bei Freitag 0 Uhr gucken. Und das einzige, was ihr seht, ist von wem der Künstler ist, wem das Lied ist. Aber ihr habt das Lied selber noch nicht gehört. Das heißt, ihr geht quasi selber in so ne blinde Reaction. Ich hab schon eine. Freitag 0 Uhr? Warte kurz. Ja, okay, dann sag, Francesco sag. Angie Cox Taxi. Ja, dann... Okay. Bruder, du... Du und Angie, ihr seid verheiratet, kann das sein? Bruder, wir sind schon verlobt alles. Jetzt brauchen wir Atlas. Ja, das von Jazik, ja. Das neue von Jazik? Jaja. Okay. Fühlig oder so heißt das, ne? Hey, I love when you stress me out, I'm so toxic. Na, na, na. Sie sagt, baby boy, ich versteh das. Geil, 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 geil. Okay. Jazik hat mit Abstand gewonnen. Äh, damit ist Atlas... Wer hatte von... Ja, Atlas. Atlas ist weiter, Francesco, du bist leider raus. Aber, Digga, ich schwöre, kann echt sein, du bist der Bruder von Angie. Grüß ihn von mir, ja? Warte, warte, darf ich noch was sagen? Ja, klar. Ich kann BL rappen sogar. Was? Ich kann BL rappen. Okay. Auf Wiedersehen, hallo. Alles passt, alles in die Uhr. Auf einem gibt's gar keine Superiode, weil es anders ist wie davor. Ich bin so original, wenn ich will, da gibt's nur Rolue, bitte. Kinder der Straße, das ist im Level, es kann nicht mit jedem. Außer mit 31ern, die, die bei Polizei singen. Gibi rot, schwarz, rot, schwarz, automat, so viel zu... Nein, scheiße, war kackt. Ja, war trotzdem okay. Ja, ich check schon, ich check schon, ich check schon. Stark, Bruder, stark, Bruder. Dankeschön, Bruder, fürs Vorrappen. Ähm, als nächstes haben wir Alperen gegen E Punkt Punkt. Jo, ich hab schon meinen. Und für euch gilt natürlich dasselbe, aber ihr dürft nicht dieselben Lieder nehmen. Ich hab schon meinen. Kleiner Geheimtipp von mir, was richtig gut beim Chat ankommt. Kontra K. Okay. Ich hab neins, soll ich sagen? Okay, ja, sag deins. Äh, Pipi-Mann von Farid Bang. Warum hast du... Warum hast du so komisch gesagt? Pipi-Mann von Farid... Du hast reingepisst. Nein, du bist... Das war dein Lied. Das war dein Lied. Dein Lied war Piss-Sound. Dein Lied war 1 Minute 49 Piss-Sound. Ich hab's versucht, Bro. Ich hab's versucht. Okay, ich sag dir ehrlich, es wird... Also, Bruder, Alperen, du musst jetzt echt reinscheißen, um das zu verkacken. Nein, die Jungs im Chat haben mich. Die Jungs im Chat haben mich. Ja, Alperen. Wenn du... Wenn du zu diesem Lied sagst, reingeschissen, dann... Ich weiß nicht. Ja, sag doch. Tät vertraut Pipi-Mann von Farid. Hä? Boah, Digga, das ist krass. Ja, ja. Ein Schuss Gio-Montana-Saaaaaah. Ich hab Platz 1, Gio-Katastrophe in den Trends. Ah! Platz 1! Gian ist in den Trends Platz 1! Äh, hast du die... Die... YouTube-Trends im Blick? Ähm, nein. Du bist Platz 1! Niemals im Leben. Ich schwöre, du bist Platz 1 Musik-Trends mit Katastrophe. Boah, verrückt! Krass, ne? Also, du bist vor AK einfach. Bruder, das freut mich doch zu hören. Krass, ne? Ey, das ist krank. Krank, ich schwöre krank. Heftig, ey. Entschuldigung. Okay, ich wollte dich lange aufhalten. Ich wollte dir das nur kurz sagen. Ich bin stolz auf dich, Bruder. Hau rein. Danke, mein Bruder. Ich küsst dann auch. Ciao, ciao. Ich guck extra nicht auf die Abstimmung. Einfach Abstimmung ausmachen. Ich guck aus Prinzip nicht. Die Abstimmung wird da... Die wird ignoriert. Alperen kommt weiter. Und damit sind wir im Finale. Wir sind im Finale. Okay. Tamtuni. Dankeschön für den Zap im 10. Du hast eh schon gesehen. Ja, Bruder. Natürlich habe ich gesehen. Nirgendwo mein Twitch auf, du Schwanz. Aus Prinzip nicht den ganzen Schwänzen das gönnen, dass die... Äh, das voten. Mach's nicht vom Chat abhängig. Nimm einfach dein Lieblingslied. Du kannst ja... Selbst wenn du verlierst, gehst du dann wenigstens in Ero und hast dein Lieblingslied gezeigt. Checkst du? Weißt du dein Lieblings... Ja, dann mach Ding. Ich hab mir. Alperen. Alperen, mach du zuerst dann dein Lieblingslied. Gurbet. Wie wird's geschrieben? Äh, G? Ja. G-U-R-B-E-T. B-E-T. Öztemir Erdogan? Ja. Okay, und Alperen? BN Freestyle. Darfst du nicht nehmen, Digga. Ist zu mimisch. Ja, okay. Muss echt dein Lieblingslied nehmen. Trance von Travis Scott. Einfach so. Trance von Travis Scott? Wir gehen in die Abstimmung. Okay, Gurbet Atlas vs. Trance von Travis Scott bzw. von Alperen gewählt. Im Finale. Oh, es ist knapp. 50-50. 50-50. 50-50. Ich bin gespannt. Dürfen nichts sagen, Jungs. Ich will keine Manipulation. Oh, wow, 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 wow. Ey, es ist 50-50. Genau 50-50. Digga. Beide haben gewonnen. Beide haben genau 70 Votes bekommen. Krass. Stark. Respekt, Jungs. Das hatten wir noch nie. Das hatten wir noch nie. Krass. Und auch Respekt, dass dieses türkische Lied da mit Travis Scott mitgehalten hat. Moin, moin. Beide gewonnen, Jungs. Gebt euch die Hand. Ihr habt beide gewonnen. Das hatten wir noch nie. Krass. Schöner Moment. Ich bin stolz auf euch, Jungs. Danke fürs Mitmachen. Wollt ihr noch irgendwas sagen? Nö, eigentlich nicht. Okay, stark. Ja, ich grüße. Darf ich mal grüßen? Ja. Ich grüße meinen Jungs FC IFTER. FC IFTER. Okay. Schöne Grüße, Jungs. Okay, geil, Jungs. Geile erste Folge. Wir können sowas öfter machen.